Ingwer Hallo, eines unserer Top 3 Lebensmittel ist Ingwer. Viele kennen ihn als Mittel gegen Übelkeit und Erkältungen. Aber Ingwer kann vieles mehr. Er hilft gegen Schmerzen, Entzündungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und er wird sogar gegen Krebs eingesetzt. Bei uns gibt es die tolle Knolle täglich. Ingwer schmeckt interessant, schön scharf und ist günstig. 4 bis 8 Euro pro Kilo. Man kann Ingwer roh im Salat essen oder als Gewürz in warmen Gerichten. Wir trinken ihn am liebsten als Tee. Dazu einfach ein Stück Ingwer schälen, raspeln und mit kochendem Wasser aufgießen. Anschließend 10 Minuten ziehen lassen und zum Schluss nochmal durch ein Sieb abgießen. Der ausgewaschene Ingwer hat übrigens immer noch Geschmack, deshalb mischen wir ihn unter Salat. Das war ein Tipp von vielen. Alle anderen Tipps verraten wir in unserem Buch Schlau-Foot aus dem Sportweltverlag.